In dunklen Tempeln lässt sich gut krempeln. Ne, das räumt sich nicht. Also Leute, willkommen zurück in Sigurdorf Evermore im Kolossial-Tempel immer noch. Ja, die letzte Folge war ein bisschen, äh... Naja, hat sich ein bisschen hingezogen, nicht wahr, Ecke? Ja, nicht nur ein bisschen. Vor allem, weil sich in diesem Raum überhaupt gar nichts war. Aber ich hab mich jetzt so ein bisschen orientiert, in Anführungszeichen. Scheißschleim! Ähm, gibt's da nicht auch was für ein Ratio-Fahrer? Du schreist, du bist zu laut. Ich schreie nicht. Ich bin 19. Du schreist jetzt mal richtig. Bist du irgendwie ein bisschen empfindlich heute? Nein, bin ich nicht. Du übersteuerst stark. Du bist wirklich richtig so ein Übersteuern. Komisch. Dein Ausschlag hier geht bei mir in den roten Bereich rüber. Hm, keine Ahnung. Ich hab bei OBS die normalen Einstellung genommen, wie sonst auch immer. Ja, aber trotzdem bist du hier im roten Bereich, was die Höhe angeht. Geh ich einfach ein Stück vom Mikrofon so zurück? So, geht das? Ist okay. Ja, du weißt doch, du weißt doch selber, du brauchst einen Popschutz. Ja, einen Popschutz besorgen. Ein allgemein neues Mikrofon eigentlich. Wo kommt der denn sich her? Was ist das? Es hat Hörner. Es ist klein. Und es ist ein Assassine. Nein. Es sieht mehr aus wie... Alter! Was hast du gegen meinen Hund? Äh. Was zum? Okay. Wir sind gerade mitten in den Zwischenboss gelandet. Oh, 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 oh. Ja, 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 danke, danke. Ja, Parappa. Beleck, bearbeite ihn, während er versucht, gegen uns zu kämpfen. Parappa hat übrigens eine sehr viel höhere Werte, was Kampf anbelangt als uns. Ah, ich weiß, wer das ist, Eicke. Ich weiß, wer das ist, Eicke. Na, wer? Das ist der Mini-Taurus. Aha. Ja, ich habe da nachgelesen. Das ist der Zwischenboss. In den Kursialtime gibt es nicht ganz viele kleine Zwischenbosse. Aha. Ja. Oh, 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 oh. Sollten wir uns beide heilen oder eine? Vielleicht solltest du mal den Schutzschild anmachen. Ja. Nein! Ah. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass das passiert ist im Spiel. Oh. Das wird nichts mit einem, kein No-Death-Run. Oh. Mist. Was hilft denn da? Die magische Kraft des Safe-States, nicht wahr, Eicke? Ja. Ich hasse es. Aber ich hasse es nicht. Ist doch ein Vorteil. Okay, also. Wir späher ausrüsten, Abstand halten. Ja. Wobei, der Speer ist jetzt nicht so geil. Das wissen wir ja haben. Es gibt ja einen besseren Speer in dem Tempel hier zu finden. Ich bin total... Wow. Also, eine Waffe, lieber eine Waffe benutzen, die nur 90 Schaden macht, oder eine Waffe, die 210 Schaden macht. Hm. Warum den Speer nicht benutzen? Ist doch egal, ob es hier einen guten gibt. Du hast ihn doch nicht. Wenn du ihn nicht hast, bringt er dir nichts. Okay. Okay. Also, hier oben war der Minotaurus, oder Minotaurus, in dem Fall. Ja, lad mal deinen Speer auf, dann kannst du ihn schon ordentlichen Stun reindrücken. Ne, ich will nicht gegen ihn kämpfen. Ich will den anderen zwischen, was wollte ich eigentlich gehen. Ich muss, glaube ich, hier gehen. Du musst da sowieso über kurze Lange. Ich muss da sowieso gegen ihn kämpfen. Aber ich glaube, der ist doch pumpe. Aber ich glaube, der ist zu hart für uns noch. Was willst du denn machen? Wir müssen versuchen, ihn zu erwischen. Das ist das Wichtige. Aber da warten, bis er sich festbackt. Vielleicht einfach den Speer aufladen. Und Speer aufladen, ja. Ich glaube, er ging irgendwie ein Zauberer, ist er auch empfindlich. Äh, okay. Ja. Ich habe doch gesagt, ja. 300 Schaden fast. Wow. Ich hätte doch gesagt, dass der Speer geil ist. Hey, nicht die Siegerpose kaputt machen. Ah. Tritt drauf. Yes. Damit hat sich jetzt... Damit hat sich jetzt eine der Brücken geöffnet, glaube ich, auf dem Weg, die wir raus müssen. Aber... Ich sehe, ist hier noch irgendwas versteckt. Hundi, riechst du irgendwas? Was? Nein. Okay. Tja, da haben wir jetzt einfach mal einen Miniboss platt gemacht. Du musst vergessen, ihn wieder auf neutral zu stellen. Was, den Hundi? Äh, du meinst den Parappa? Parappa? Äh. Nö, er ist auf neutral. Keine Sorge. Gut, und jetzt nimm mal wieder einen Drachentöter. Ja, für den Nahkampf ist er besser. So. Schön, dass du durch jedes Menü gehst. Ja. Nein, das mache ich nur für die Zuschauer, dass wir sehen können, wie es aussieht. Und, wow, was für ein Glück, dass der Tetanis mal mitspielt. Äh, der Emulator. Bam. Okay, also hier war der... Aber lieber Safe State, sonst musst du den Boss gleich nochmal machen. Ja, stimmt. Besser wäre das. Patsch. Eike, was... Apropos Schleim. Was findest du, war die ekligste Stelle in einem Videospiel, die du je gesehen hast? Oder sagtest du, das ist, war voll eklig? Äh, die Katzenschrutschlinte bei Postel. Ja, das geht schon richtig. Ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht an die Klo-Szene. Weh, was? Die Klo-Szene aus Silent Hill 3. Oder nein, 2. Hm, da ist etwas in der... Da steckt etwas in der Toilette fest. Ich sollte mal reingreifen und es rausziehen. Silent Hill, das ist doch Kindergeburtstag. Ah, ja. Okay, es gibt bestimmt auch viel andere eklige Sachen. Wie zum Beispiel eine Bosse aus Dark Souls und Co. Und andere Geschichten, die ekliger waren. Wie mir jetzt aber gerade nicht einfallen. Kindergeburtstag. Wie mir jetzt auch gerade nicht einfallen. Auch Kindergeburtstag. Mhm. Bis auf dieser Boss, der aus den ganzen schlechten YouTube-Kommentaren bestehen. Abonniert mich! Guckt auch auf meinen Kanal. Ich mache auch gute Videos. Ich bin auch Let's Player. Ich bin auch Let's Player. Was, hä? Den gab es wirklich? So einen Boss gab es? Ja. Das war dieser große, das war dieser große braune Haufen, der aus ganz vielen zusammengenäht war. Ah, ja. Im Abyss. Weißt du noch, wo uns dieser Cheat-Havel begegnet ist? Der Typ in der Havel-Rüstung, der Turbo-Geschwindigkeit hat und sich ganz doll rollen konnte und so. Der gecheatete Havel, weißt du? Er ist nicht noch, als wir uns, äh, dafür erst beraten. Weißt du noch, wie wir den besiegt haben? Ja. Wie? Ähm. Oh Gott, wie war das? Rangepullt. Rangepullt und er ist runtergerollt. Er ist noch runtergefallen. Nein, er ist runtergerollt. Ach ja, dasselbe kann man ja auch mit dem... Der ist uns hinterhergerollt. Der ist uns hinterhergerollt, wir sind an den Rand und er ist runtergerollt. Ja, dasselbe kann man ja auch bei den Riesenrittern beim Flammtor machen, nicht wahr? Schon, wenn man erstes Level ist, ne? Einfach anloggen und dann, wenn er an die Kante rein, plapp ins Wasser rein. Und dann hast du 300, was, oder so viel, 800 Seelen oder so? Ja. 1.000 Seelen. 1.000 Seelen. 1.000 Seelen sogar, ja. Ja, ja, mit ein bisschen, äh, mhm, ein bisschen Spucke und, äh, probieren kann man eigentlich alles schaffen in dem Spiel. Oder du bist, kann man auch... Kämpfen wir auch mit dem. Wir müssen das Let's Show von Dux so zweimal aufnehmen. Wollen wir das? Ah, ich bekomme einen Anruf. Okay, ist er gleich wieder da. Kommentier auch, ja, ja, keine Sorge. Nicht, ich bin Let's Play. Na ja, Mann, ich bin Let's Play. Ich kann dich hören, ich kann dich trotz des Telefonieren zu hören, bis gleich. Ja, ja, keine Sorge. Ja, aber wo ich Let's Spiele, Let's Playen, mhm, ach ja, heute war was rausgekommen, wollte ich ja auch mal erzählen, äh, hab ich gesehen. Korps Party und was war es noch? Und Vampire Damascus Bloodlines of Gok, Gokke, ist rausgekommen. Okay, die gibt's auch auf Steam, aber schon interessant, wobei ich jetzt nicht genau nachlesen konnte, ob jetzt auf Gok die Version genauso, äh, auf die neuesten Stand gebracht ist, mit den ganzen Fanpatches und so weiter. Hm, ja, ich weiß ja, du bist nur, dass Gok auch manchmal hier so Übersetzungen von Usern annimmt, wie zum Beispiel, wir bedanken uns bei User so und so, ShadowXplayer3000 dafür, dass er uns die, äh, Dateien hinzugeschickt hat, um die deutsche Version dazu haben zu können. Oder so, ihr versteht, was ich meine. Okay, hier, glaub ich, waren wir schon. Müssen wir das eigentlich da... Moment mal. Oh, ist das jetzt schon wieder auch so ein Fall von... Ich weiß nicht, wohin. Ich hoffe doch nicht, wirklich. Nein, 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 nein. Okay, hier in der Mitte können wir noch nicht rein. Ah, ich, 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 ich brauche echt, wir bräuchten, das Spiel bräuchte echt eine Map-Funktion. Okay, mal sehen, hier unten waren wir schon. Hier unten waren wir, sind wir ja gekommen. Da drüben war der Minotaus, der Minotaus und müssten wir jetzt eigentlich hier hin. Ja, okay. Kommen wir hier weiter? Nö. Ja, gut. Also, ich bin ja wirklich auch so der Meinung, man kann sich den Soundtrack des Spiels auch an sich anhören. Nein, 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 nein. Hier waren wir doch schon. Ah, Gott, ich hasse es, wenn man sich in ein Spiel verläuft. Vor allem noch in den Let's Play, wo man das noch sieht und dann Leute sehen können. Ah, Gott, bist du blöd. Ja, das ist los eines Let's Players. Entweder im Menü festhängen, sich festquatschen oder sich total verfranzen. Oh, neue Melodie. Jetzt sind wir neu, gut. Ah, okay, was ist das denn? Ob ich Corpse Party Let's Play... Äh, Corpse Party, Quatsch. Das klingt wie so eine Black Metal Band. Nein, ob ich Corpse Party Let's Playen sollte? Hm, ich weiß ja nicht. Weil, ihr könnt mich da auch zumindest sprachmäßig blamieren, weil das Spiel ist ja komplett auf Englisch. Mit Japanischen... Ist ja vielleicht was versteckt. Bam! Dreimal Schwefel. Oh, okay. Gut, gut, gut. Ähm. Ja, das Spiel ist ja komplett auf Englisch, bis auf die Sprachausgabe, die auf Japanisch ist. Ah, ich bin ja nicht sicher. Am Ende blamiere ich mich oder spreche am Ende noch total mit breitem deutschem Akzent aus. Ah! Das ist jetzt hier quasi so eine Art... Ah, wahrscheinlich muss ich hier rausgehen und dann öffnet sich danach nur das... Schalter-Rätsel. Schalter-Rätsel. Yay! Bam! Fall für die Version von Evermore, die wir dann aus Dungeons entkommen können. Äh, okay. Äh, okay. Also kann man hier nicht weiter. Man muss also wieder raus und dann die Schalter wieder resetten. Na super. Oder gibt's hier vielleicht was Geheimes? Nö? Verdammt, hätte ich doch mal die Karten aus dem Spielberater auswendig gelernt. Pfff, mein Gott. So, okay, okay, gehen wir raus hier. Und machen dann... Äh, Moment, war das hier oben? Nein, hier oben war der Topf. Okay, hier ist der Ausgang. Ist ein bisschen doof, dass hier alles so genau gleich ausschaut. Das ist, was hier Ausgänge trifft. Und es hat sich aufgehängt. Super. Immer, wenn man es gerade zeigen will. So. Mhm. Gut. Und jetzt wieder rein. Gut. Ah, okay, es ist doch also ein Schalterrätsel. Okay, ich hab das, das, das. Dann geht der ja in der Seite auf. Versuchen wir es mal mit links. Und jetzt müsste eigentlich der ganz rechts aufgehen. Nein, links. Verdammt. Ah, super. Schalterrätsel sind geil. Vor allem die Art, wo man immer wieder rausgehen muss, damit es nicht neu geladen wird. Ah. Ah. Ach, egal. Lassen wir mal den Satyr Satyr sein. Der hat eh so ein hartes Leben. Ich meine, der kann sich keine Schuhe leisten, wisst ihr. Wegen Hufe und so. Warte mal, ich brauche gar nicht rausgehen. Ich kann einfach nur, ich könnte auch einfach nur ein Safe State laden. Oh, Gott. Es kommt davon, wenn man das Spiel klassisch gewohnt ist, wo man ohne was auf eine Tasse drücken muss für den Safe State. Okay. Ähm. Versuchen wir es mal so. Dann so. Gut. Oh, das ist der Ausgang. Okay. Ach, den Topf können wir jetzt ja später noch holen. Äh. Alter. Dieser Letz... Äh. Alter, dieser, dieser, dieser Emulator ist nicht Letzplayer-freundlich. Oder er mag mich einfach nicht. Vielleicht liegt es daran. Okay. Äh. Gehen wir wieder raus hier. Und gehen wir wieder rein. Dann setzen wir einen Safe State und können gleich direkt dann immer wieder neu laden, wenn es sich dann speichert. Äh. Wenn es sich dann wieder verfranst. Super. Ja, so kann man die Technik auch ausnutzen. Ja gut. Also, ob ich Corpse Party Letzplayer sollte, bin ich nicht sicher. Ich weiß nicht. Das Spiel ist ja auch mehr so Horror und da bin ich ja jetzt nicht so der beste Letzplayer dafür, weil ich bin ja mehr so ein bisschen lustiger, in Anführungszeichen. Ernste Spiele, da muss ich mich, glaube ich, noch reinfinden. So richtig ernste Geschichten, weil das Spiel ist ja doch mehr so über das Geister in einer allemaligen... Na, nee, quasi ehemaligen, in einer Schule. In einer Schule, der einfach mal nicht nur Leute erschreckt, sondern auch mal mit einer Schere mal sogar, lopp, die Augen aussticht. Oder ausschneidet. Oder mal ganze Körperteile klaut. Ja. Deswegen heißt es auch Corpse Party. Ich glaube, der Anime soll auch ganz schön brutal sein. Dementsprechend. Okay, wie war das denn? Ähm. Hm? Rechts. Und welcher erinnert sich jetzt? Ja! Gut! Den wollte ich auch geraben. Super. Ich habe nichts gemacht und trotzdem hat es geklappt. Yay! Äh, okay. Okay. Komm schon. Was hat der da eigentlich in den Händen? Ist das... Ach, ich dachte eigentlich, das wäre eine Panflöte oder irgendwas. Ich dachte, das sind wohl anfangs kleine zwei Dolche. Ah. Wir bösen Satanisten! Ich habe genug Nektar. Ah! Okay, das hat sich natürlich jetzt null gelohnt. Was soll's. Können wir mal den, äh, Nektareffekt mal zeigen. Auch wenn es totale Verschwendung ist. Mal vergleichen, wie viel der bringt. So im Vergleich zum, äh, 100 Pfiffig. Zum, äh, hier war gleich, woher wir laden. Äh, jo. Im Vergleich zum, im Vergleich zum, äh, Heil... Wie hieß der nochmal? Krafthauch. Genau. So. Äh, wie war das nochmal? Äh. Äh, nee. Was war das nochmal? Link, rechts. Dann. Der. Und. Nein, das war falsch. Gut. Merken wir es nochmal. Nicht der von links nach rechts, sondern so. Ah, ich hasse es. Alter Rätsel. Vor allem ist es eigentlich gar gar nicht so schwer. So. Äh. Okay, das ist falsch gewesen. Merken wir uns das? So geht's nicht. So. So, das war's, glaub ich. Hä? Och, Mann. Ey, ich hasse es. Mein kurzer Gedächtnis, ey, das suckt. Manchmal, glaub ich echt, ich hab irgendwie, irgendwie ein Schwamm als Hirn. Schwamm, Hirn, Schwamm, Kopf, genau. Ähm. Ja, da öffnet sich gar nichts. Super. Alter, ich mach hier echt jeden Scheiß, den es gibt. Ne, das ist zu einfach. Doch. Oh, hat geklappt. Okay. Ich hab jetzt eigentlich gedacht, das wäre... Okay. Super. Dann, äh. Äh. Was ist das? Ist das eine Treppe? Oh, ein neuer Schleim. Er hat eine andere Farbung. Äh, Farbung. Färbung. Äh. Da muss ich jetzt wieder... Öl. Okay. Ja. Das war wahrscheinlich ein Öltropfen. Hm. Äh. Ja. Also. Das Korpsparty. Hm. Vielleicht. Mal sehen. Vielleicht, wenn es ein Angebot ist, bei 14 Euro. Äh. Ich weiß nicht. Das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter. Gibt ja, glaub ich, inzwischen auch schon... Wie viel? Ich weiß also, auf der Gamescom gab es so einen ganz kleinen... So einen ganz kleinen versteckten Stand. Wo man das, glaub ich, für die DS-Version spielen konnte. Und ich glaub, das war... Ich weiß nicht. War das jetzt ein Remake oder was? Eine Fortsetzung. Hm. Okay. Hier müssen wir also rein. Ah. Okay. Und, äh. Vampires Mascade Bloodlines. Pff. Ja. Brauch ich eigentlich gar nicht kaufen. Ich hab ja noch die Version hier auf CD. Könnte ich eigentlich theoretisch auch so let's playen. Obwohl... Naja. Windows 7, ne? Sagt er wieder. Nein. Ich will das nicht spielen. Das ist nicht für meine Version gemacht worden. Oh. 16. Okay. Gut, Parapallon. Jetzt musst du rüberrennen, weil du bist schneller als ich. So. Und... Weil das sieht sehr brüchig aus. Und... Los! Nein! Scheiße. Oh. Okay. Äh. Okay. Ah. Okay. Ich dachte, jetzt sind wir eingesperrt. Und jetzt heißt es hier so wie bei Manic Menschen. Tut mir leid. Du musst warten, bis ein anderer Schalter draußen drückt. Ach. Ne. Quatsch. Das stimmt ja gar nicht. Äh. Obwohl, ja, nicht ganz. Ähm. Ich hab hier erst vor kurzem rausgefunden in einem Video, wo mal aufgrund des neuen Remakes, was hier rausgekommen ist, für Day of the Tentacle letztens, da hat ja der Gregor von Game One, nein Quatsch, heißt ja nicht mehr Game One, der Rocket Bean, der hat ja mal das angespielt und hat da auch nochmal das Magic Mansion gezeigt, was man da in diesen, äh, auf diesen Amiga, der da in den Raum von Weird Ed drin steht. Ist ja ein geheimer Weg. Nö. Ähm. Kann man ja als Original Magic Mansion spielen. Leider in der Version auch nur auf Englisch, nicht die Deluxe Version. Äh, ja, und da konnte man ja, da hat er dann gezeigt, wie man dann halt in die, in die berühmte, äh, Keller, wie heißt das, in die berühmte Kellergefängnis reinlandet. Und da hat er dann gezeigt, ja, unter ein Fenster, da müsst ihr den Stein drücken, dann öffnet sich die Tür. Äh. Und da hatte ich auch so, was? Ich kenne das Spiel 20, über 20 Jahre und habe nie gewusst oder, man wurde nie gesagt, dass man da, äh, ja, dass man da, äh, einfach den Stein drücken kann, dass dann auch die Tür aufgeht. Ich dachte, man muss es mal von außen drücken. Äh. Mann. Was man nicht alles erlebt, nicht wahr? Weiß, 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 dass ich vielleicht finde ich auch noch irgendwelche Sachen raus, über Spiele von ihr. Ich dachte, ich kenne sie seit einer halben Ewigkeit. Okay. Gut, versuche wir es noch einmal. Und Geronimo. Was? Hä? Kann man das gar nicht schaffen? Moment mal, ich... Brauche ich vielleicht... Geht das vielleicht mit einem, der Zauber, der mich schneller bewegen kann? Oder ist hier irgendwas versteckt? Ist hier vielleicht ein Geheim... Nee, hier muss doch irgendwo ein Geheimweg sein. Das ist doch bestimmt eine, ist doch ein bestimmter Gag. um die Leute hier zu verarschen nach dem Motto Nein, ich schaffe es nicht. In der Wahrscheinlichkeit ist hier irgendwo ein geheimer Raum. Ich wette, hier ist irgendein geheimer Weg. Das soll wahrscheinlich einen einfach nur trollen. Man kann den Weg, glaube ich, gar nicht über die Brücke schaffen. Ja, ja, die Erinnerungen kommen langsam wieder. Irgendwo hier war ein geheimer Raum. Oder, nein, nicht geheimer Raum, irgendwo ein geheimer Weg, glaube ich. Ja, ein rieriges Schwezel. So, nein. Okay, hier ist nichts. Das muss wahrscheinlich... Hier? Ja! Oh, das war... Ne, das war nur ein normaler Geheimraum. Okay. Wie kommen wir da oben ran? Okay, Leute, wir sehen uns aber erst in der nächsten Fall von Let's Play Batman Beginns. Quatsch, Batman. Ey, ich spiele zu viele andere Spiele. Sehen wir uns dann in... Ne, ich habe Let's Play gesagt! Ich meinte jetzt, wir sehen uns dann in der nächsten Fall von Secret of Evermore und dann werden wir da rausfinden, wo denn dieser geheime Weg jetzt hinführt. Weil, wir haben ja jetzt rausgefunden, die Brücke soll einen einfach nur, äh, ja, falsche Fur... äh, falsche Spur führen. Genau. Okay, also, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.